Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder Henry. Wir spielen mal wieder Stumbleguys und und zwar ich kann noch nicht das neue Update, sorry. Und zwar nämlich, ich dachte mich, heute darf ich einfach dachte ich einfach, ich spiele ganz normal wie immer. Und zwar ähm eigentlich nichts Wie mach ich? Ey, es leckt gerade komplett. Oha. Leckt zu sehr. Achso. Es leckt, aber mein Ping ist eigentlich ganz gut. Ach jetzt geht's nicht. Mein Ping ist so niedrig, aber es backt komplett. Also wir qualifizieren uns kurz dem. Und zack, boxen wir den weg, dich auch. Ach schade. Die erste Runde, die wird einbinden. Der Typ hat gehackt, dieser Teufel, keine Ahnung, dieser Herr Hummel. Habt ihr es gesehen? Blockdash. Blockdash kommt eigentlich in der Zeit voll selten. Hä? Hä? Ist das schon Finale? Hä? Hä? Das ist doch... Hä? Das ist... Achso, noch nicht. Hä, doch? Hä, war das vor kurzem Halbfinale? Hä? Hä? Hä, das ist komisch. Hä? Hä? Ist da ein Hacker drin oder was? Hä? Das mit die Stachel kann ich gar nicht. Scheiße. Scheiße, das da... Das da... Nein! Nein! Das könnte so ein Easy Win werden, aber ich hab's nicht geschafft. Ich wollte rüberspringen. Hä? Hä? Moment mal. Nehmen wir erstmal... Knoppyo, den Nightskin, wo gestern rausgekommen ist. Hä? Habt ihr das auch gesehen? Hä? Wird das wohl jetzt ein Video, wo ich einen Hacker, glaube ich, gehe? Kann ich denn das nächste Video eigentlich machen, ne? Python passt schon wieder. Hm. Ich will drauf springen. Guck, seht ihr? Nämlich da... Nämlich da... Auch sie drauf seid, da könnt ihr irgendwie so cool hechten. Junge, bekickt er die ganze Zeit. Nämlich da ist es dann... Kann dir irgendwie komplett schnell sein. Und hechten. Die ganze Zeit. Bleibt so schnell, wie es ist. O. Und qualifizieren uns als Fünfter. Der Arme. Der hat sein Leben einfach nicht mehr gecheckt und wollte an die Wand. Und... Der Arme. Und jetzt kommt wieder Blockdash. Das wird witzig. Ach und übrigens, abonniere das Video. Like das Video. Habe ich vergessen. Zack. Ey, ich bin gerade zu lust. Nein. Nur weil ich da drauf wollte, schaffe ich es jetzt nicht. Nur weil ich da drauf wollte, schaffe ich es jetzt nicht. Oh nein. Oh nein. Oder vielleicht doch. Wie viele sind das eigentlich da hinten? Yes. Die fallen raus. Das ist gut. Gut. Zum Glück sind die etwas schlecht. Da als ich. Und das war knapp. Ich bin fast runtergefallen. Ja, okay. Das schaffe ich easy. Oh. Da warten wir noch der letzte, denke ich. Das war knapp. Und jetzt kommt die andere. Und das ist so. Das ist so. Das ist so. einander oder und das ist das finale komplett reingekackt jetzt habe ich komplett reingekackt ich wollte den krieg machen ja und darauf nein ich schaff das nie leben warum versuche ich das noch das ist ein spannendes video das wird jetzt ein video ich gehe jetzt versuchen wir mal mit 0 0 0 0 0 0 0 0 es geht nicht was jetzt geschlossen erstellen wir eine gruppe geschlossen jetzt warten wir einfach bis jemand drin ist wenn wir den schatten für mich nach hier aussieht angucken sie dass wir eine sonne aus wenn wir ihn auch klinik und jetzt kann es bingo raun Oh, da hat mir noch mal Glück. Hey, was war das? Ich vorhin geboxt bin und habe gekickt. Das sah so komisch aus. Irgendjemand hat mich geboxt und dann habe ich den Kick-A-Mode gemacht. Dann war ich nicht so wie der normale Kick-A-Mode. Dann bin ich gefallen und bin vorgekickt. So habe ich es jetzt gesehen. Und jetzt da... Hä? Python Puschels Halbfinale oder Endgame Halbfinale. Ich dachte schon. Geht das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Hatte ich noch nie. Und ich hatte es mal und da war die Map verpackt. Wer kickt hier die ganze Zeit? Außer ich. Dann hüpfen wir da rauf. Kack, ich müsste hechten. Jetzt schaffe ich es nicht, oder? Oh, wenn ich hätte den Kick-A-Mode nicht, hätte ich es auch nicht geschafft. Das war knapp. Wenn ich hätte den Kick-A-Mode, hätte ich es einfach nicht geschafft. Zum Glück habe ich den. Und jetzt da kommt Lava-Land. Kommt außer selten. Das schaffen wir. Ich glaube, aber die Kicken und Boxen. Das sieht nicht gut aus dann für mich. Oh no. Oh no. Weg mit euch. Als ob es jetzt schon jemand rausgefallen. Dann machen wir da hin, da hin. Boxen wir den nochmal. Und haben sofort Karma. Ach, der Boxer ist ein Boxer, weil er ein Boxer ist. Deshalb hat er... Nein. Ey! Ey! Der Ehrenlose! So. Mit dir in die Lava. Junge, Junge, Junge. Die Leute brauchen noch Manieren. Das finden sie bei mir in die Lava. Muha-ha-ha-ha-ha. Komm, komm. Ach, schade. Yes! Und haben den Ring geholt. Ich sag nochmal auch so, das war's mit dem Video. Like, like das Video, abonniert das Video und... Ciao!